Das ist Karl Steinbuch. Er hat die Geburtsstunde der Informatik in den 50er Jahren maßgeblich geprägt. Steinbuch war ein visionärer Typ. Sein Herz schlug für digitale Medien. Nicht erschrecken, damals waren die noch sehr groß. Und ganz wichtig, er kam aus Baden-Württemberg. Genau danach sucht die MFG, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, mit dem Karl-Steinbuch-Stipendium. Baden-Württembergische Studierende mit cleveren Ideen zu interdisziplinären Fragestellungen rund um digitale Veränderungen. Sie bewerben sich mit einer Projektidee bei der MFG-Stiftung. Wenn Sie die Jury überzeugt und sich gegen andere Konkurrenten durchgesetzt haben, winken Ihnen insgesamt 10.000 Euro, zwölf Monate lang. Sie erhalten mit dem Karl-Steinbuch-Stipendium aber noch mehr. Wertschätzung, Öffentlichkeit. Kurzum, Sie stärken Ihr Auftreten. Seit 2004 hat die MFG in 15 Ausschreibungsrunden unter 432 Bewerbungen 187 Projekte ausgewählt. Sie wurden von insgesamt 268 Stipendiaten durchgeführt und mit über 1,5 Millionen Euro gefördert. Dabei sind die Themen so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ein Sounddesigner schafft individuelle Klangräume, um das Gedächtnis von dementen Menschen zu stärken. Zwei Studenten bringen Klettern in eine neue Dimension mit einer interaktiven Kletterwand. Ein Student der medizinischen Informatik hilft, die Strahlenbelastung bei der Behandlung von Krebspatienten zu reduzieren. Eine Kommunikationsdesignerin ruft mit ihrer Plattform zu friedlichen Pixel-Demonstrationen im Internet auf. Das war übrigens ich mit meinem Projekt Pixel-Demo. Ich durfte 2009 als Karl-Steinbuch-Stipendiatin auf einer großen Bühne meine Arbeit präsentieren. Wie gleich die anderen Stipendiaten auch. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Jetzt helfe ich großen Firmen bei ihrem Image-Wandel. Also, seien Sie bitte nett zu meinen Kollegen. Viel Inspiration, Spaß und Unterhaltung wünschen wir Ihnen jetzt mit 5 Karl-Steinbuch-Stipendiaten, die Neues von morgen vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.